Mein Name ist Benjamin Bischofberger. Ich arbeite bei der Migrobank als Spezialist im Bereich Service und Infrastrukturmanagement. Durch Digitalisierung haben sich die Arbeitswelten gewandelt. Neue Tätigkeiten und Arbeitsmethoden sind entstanden und dementsprechend auch neue Anforderungen der Arbeitswelten, die aktiv mitzugestalten, das fasziniert mich. Mit Hilfe des Workplace-Management finden die Firmen heraus, wie ein optimales Bürokonzept aussieht. Wir sind verantwortlich, dass unsere Mitarbeiter in einer gesunden und produktiven Umgebung arbeiten können, sodass sie aktiv zum Unternehmenserfolg beitragen können. Was ich am Studium sehr geschätzt habe, ist der grosse Praxisbezug, die Nähe zur Arbeitswelt und dass man nach dem Studium auch in jede Branche einsteigen kann. Die Kombination der Fächer Bauchemie, Gebäudetechnik und Wirtschaftsfächer, verbunden mit den Managementkompetenzen, machen aus meiner Sicht den Erfolg von diesem Studium aus. Als Spezialist im Bereich Service und Infrastrukturmanagement bin ich mitverantwortlich für die Planung von neuen Filialen und Arbeitsplätzen. Zu meinen Aufgaben gehört die Planung, Gestaltung und der Bau von neuen Arbeitswelten. Im Haus bauen wir gerade auf zwei Etagen Arbeitsplätze für rund 120 Mitarbeiterraum. Ebenfalls sind wir zuständig für die Auswahl der neuen Möbel für die unterschiedlichen Arbeitsplatzsituationen der MIGRBANK. Besonders gefallen an meiner Tätigkeit tut mir die Zusammenarbeit mit Drittfirmen und Kooperationspartner. Ein Kooperationspartner ist BIRMA Frontwerk. Sie setzen unsere Design-Ideen kreativ um. Die Vertiefungsrichtung Workplace richtet sich an empathiefähige Visionäre, die die zukünftigen Arbeitswelten aktiv mitgestalten möchten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Wir sehen uns beim nächsten Mal.